Das ist B, das ist Kacke. Mhm. Was? Kommt die UK auch von uns. Achso, okay. Servus. Servus. Grüß dich. Haben Sie Lust, dich zu inweiten? Ja, Moment, Jungemann. Moment. Moment. Was ist denn los? Laki, bist du's oder Smurz? Äh, Laki. Okay. Weil gerade das Smurz auch noch da ist. Ja. Und so Smurz hat, glaube ich, auch noch so eine junge Stimme, oder? Ich glaube, Smurz war, glaube 23. Mhm. Und Laki ist halt doch noch etwas früher. Ja, so sechs Jahre. Minimal, ja. Wie geht's, Laki? Ja, gut, gute Arbeit. Okay. Super. Ja, eigentlich komplett stressig. Ich hab ein Glas, ich hab ein Glas umgehauen. Also ich bin Kellner. Achso. Und naja, passiert schon mal. Naja, kein Problem. Ähm. Ist denn da lecker zumindest, was ich gerade das bekommen hab? Ja. Und dann Volleyball spielen. Mhm. Ich, ich hab auch mal gekellnert. Zum, zum Kurffest. Da hab ich eigentlich in das Bier komplett über ne Manns gekippt. Also übern Körper. S-Position in Q1. Ja, wir sind gerade unterwegs. Vielleicht schaffst du's ja bis rein. Ja, besseren Rucksack. Nee, oder nicht? Oh. Ich bin im Wunsen. Nee, wir müssen noch ein Stück weiter. Und im Wunsen nicht. Halt mal nicht. Kein Rucksack. Kein großen. Ach so. Na, ich komm. Den Ganslinger, der ist billig. Und du kriegst so. Nee, es kommt nicht. Nee, es kommt nicht. Nee, es kommt nicht. Au. Oh. Die Schienen wird er auf mich hier. Die Artlässe, alter. Hau doch mal ab. Hau doch mal ab. Hau doch. Hau doch mal ab. Hau doch mal ab. Hau doch. Ich hab einen Tipp für euch für bessere Server. Ihr müsst einfach Europe East aussuchen. Europe East ist besser, aber der stürzt öfter auch ab. Ja, wir haben... West stürzt nicht ab. Dafür hast du alt. Wir haben jetzt West und das funktioniert euch ganz gut. Wie? Noch geht's, ja. Noch geht's, ja. Es muss halt immer einen guten Server finden. Ja. Es ist ja eine Scheiß-Tür auf hier. Ich hatte die Türen, alter. Alter, was ist das für eine behinderte Kinderkacke? Ist ja die Scheiß-Videokassette. Mit Pornos. Ist ja nicht. Nö. Nö. Warte, ich seh die ja eh nicht. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich geh nicht mit der Hörte, gut. Warte, ich guck nochmal kurz hier rein. Da müssen wir jetzt ja jede Scheiß-Kiste hier durchsuchen. Das ist ja eine dämliche Bille, oder? Hm. Vielleicht ist es auch die, die abgeschlossen ist. Wahrscheinlich. Oh, hier ist er. Ja, bitte. So, jetzt lass uns mal sehen, ja. Das sind Koordinaten. 174, 165. So, dann können wir zurück. Okay, wir sehen uns mal hier. Mhm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, nimm dir den seinen Rucksack. Ja, der Kuh, das war irgendwo. Kannst du auch die Mose reinpacken von dem? Ja, so. Rufe schon mal einen Heli. So, muss es sein. Schnell rein, schnell raus. Geil. So, was haben wir gerade hier gemacht? Jemand tötet uns die ganze Zeit hier im Camp. Im Basecamp. Raven here, I'm moving out. EGA, one minute. Hmm. Gegnerische Fraktion, oder was? Dass die wieder mal Langeweile haben und angreifen. Da hätten ja den Mörser vorher gepoppt. Ja, richtig. Da kann ich ja gar nicht töten, eigentlich. Ich kann nicht mal ein Steam machen. Raven reporting. I'm on my way. EGA, 30 seconds. Ich muss gerade mein Loot saven. Hey, du bist ja auch nicht in unserem Squad. Nein, 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 nein. Ich bin ja noch in einem anderen Server. I'm not doing it, man. I'm not doing it, man. Ich bin ja noch in einem anderen Server. Ich bin ja noch in einem anderen Server. Oh, kijk ja. Ich muss ja viermal 10 Minuten kommen. Ja, perfect. Das ist echt. Bis zum nächsten Mal.